Heute wird es spannend. Ich gewähre dir einen Einblick in meine YouTube-Kanal-Analytics von diesem Kanal und ich zeige dir, welche Informationen du von YouTube bekommst und wie du diese Informationen verwenden kannst, um deinen Kanal und deine Videos in Zukunft weiter zu optimieren, dass du langfristig eine große Reichweite auf YouTube aufbauen kannst. Wenn dich das also interessiert, dann bleib einfach dran. Aber erst einmal willkommen oder willkommen zurück auf diesem Kanal, auf dem ich dich dabei begleiten möchte, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Videobusiness auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch deine Passion, das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und wir packen das gemeinsam an. Ich habe mich mal wieder mit meinem Laptop hier bewaffnet und ich starte jetzt einen Screen-Record und ich zeige dir von A bis Z alle Analytics, die YouTube mir hier so gibt und wie ich diese Analytics nutze, um meine Videos immer weiter zu optimieren, dass die halt eben auch Schritt für Schritt von Video für Video mindestens ein Prozent besser werden. Let's go! Also wenn ich YouTube öffne, dann sieht das bei mir so aus. Ich habe hier meinen YouTube-Kanal und ich gehe dann immer oben auf mein kleines Profilbild und dann auf YouTube Studio. Das ist so mein bester Freund, da bin ich eigentlich auch täglich unterwegs, um so ein paar Sachen auszuchecken. Und das ist dann die Maske, die ich da sehe. Ich kriege direkt von YouTube ein paar Zahlen entgegengeworfen. Hier sehe ich immer mein neuestes Video, also welches Video ich zuletzt hochgeladen habe und wie das denn im Vergleich zu meinen anderen Videos so performt. Und an erster Stelle steht hier Ranking nach Aufrufen und wenn ich mit der Maus da mal so leicht drüber fahre, dann sehe ich, das ist sogar auf Platz Nummer 1 von den 10 Videos, die hier bewertet werden. In den ersten vier Tagen und zwei Stunden werden mir dann hier angezeigt. Also das aktualisiert sich Laufen. Wenn ich da jetzt morgen wieder reingucke, dann steht da in den ersten fünf Tagen. Das ist eine sehr interessante Information, weil in den ersten Tagen schauen vermehrt wahrscheinlich meine Abonnenten meine Videos und wenn dann Videos vermehrt angeklickt werden, also öfter angeklickt werden als normalerweise oder wenn Videos fast gar nicht angeklickt werden im Vergleich zu der normalen Performance, dann kann ich mir halt überlegen, woran liegt das? Also scheinbar ist dieses Videothema super interessant für meine Abonnenten oder das Video Thumbnail ist super ansprechend, wenn ich da vielleicht ein bisschen was geändert habe oder ich sehe, oh, das kriegt überhaupt gar keine Aufmerksamkeit, woran liegt das? Interessiert das meinen Abonnenten eher nicht? Dass man da so ein bisschen herausfiltern und überlegen kann, wie das Video im Durchschnitt so performt und warum es plötzlich ausreißt, falls es das dann tut. Also warum es plötzlich mehr oder weniger Klicks bekommt im Vergleich zu meinen anderen Videos. Bei den Aufrufen sehe ich hier sogar einen grünen Pfeil nach oben. Das heißt, mein typischer Wert liegt zwischen 50 und 110 Aufrufen in den ersten vier Tagen und der grüne Pfeil zeigt mir dann in dem Moment, dass ich über meinem eigenen Durchschnitt liege. Wenn jetzt hier so ein Haken ist, der so grün eingekreist ist, dann heißt es, dass das meinem Durchschnitt entspricht. Meine Videos werden durchschnittlich von 9% der Leuten angeklickt, die dieses Video vorgeschlagen oder angezeigt bekommen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Suche etwas eingibt und mein Video wird dann angezeigt und der sieht das, dann ist das eine Impression und wenn einer jetzt da draufklickt, dann wird das eben zu dieser Klickrate der Impressionen dazu gezählt. Wenn jetzt aber einer über mein Video drüber scrollt und das nicht anklickt, dann wird trotzdem eine Impression gezählt, aber dann halt eben auch ausgerechnet, wie viele Leute eben da draufklicken und wie viele Leute weiterscrollen oder wie viele Leute auf ein anderes Video klicken. Und so errechnet der dann die Klickrate der Impressionen. Also wenn man sich jetzt 100 Leute vorstellt und alle bekommen ein Video vorgeschlagen, dann klicken 9% durchschnittlich auf dieses Video. Das aktualisiert sich auch mit der Zeit. Also das ist immer ganz interessant zu sehen, dass meine Abonnenten sehr treu sind, weil in den ersten Stunden, wo ich das Video hochlade, ist das auch oft bei 20% zum Beispiel und das wird dann mit der Zeit ein bisschen weniger. Also wenn zum Beispiel YouTube mein Video auf der Startseite von anderen Leuten vorschlägt, die das aber gerade nicht interessiert oder die halt gerade eben ein anderes Video spannender finden oder das Video wird in der Suche angezeigt und manche Leute fliegen halt eben über dieses Video, klicken es aber nicht an, dann wird diese Klickrate der Impressionen im Laufe der Zeit auch ein bisschen weniger. Das ist aber auch eine interessante Funktion, um herauszufiltern, welches Thumbnail ist gut gestaltet oder welcher Videotitel klingt interessant oder so. Das ist ja erstmal der erste Eindruck, den die Leute bekommen, Thumbnail und Titel. Und wenn das interessant ist und die Klickrate der Impressionen hoch ist, dann scheint das interessant für die Zuschauer zu sein. Also einmal das Thumbnail ist gut gestaltet und der Titel scheint interessant zu klicken, äh zu klingen. Bei einer Klickrate der Impressionen von 3% würde ich jetzt sagen, ist nicht so gut. Da könnte man dann schauen, dass man da nicht noch ein bisschen was optimiert. Also dass man sich nicht zum Beispiel einen fetzigeren Titel für die Videos einfallen lässt oder das Thumbnail noch ein bisschen ansprechender angestaltet oder sowas, dass man das so optimiert, bis man eine etwas höhere Klickrate der Impressionen hat. Ich glaube im Durchschnitt ist das so 6-7%. Dann habe ich hier noch meine Kanalanalysen. Da sehe ich dann immer die aktuellen Abonnenten, die ich gerade habe und wie viele Abonnenten ich in den letzten 28 Tagen hinzugewonnen habe. Das sind jetzt hier in meinem Falle plus 126. Das war auch mal weniger. Das war auch mal bei 5 oder so. Das ist echt spannend zu sehen, wie sich das erhöht. Also willkommen an alle, die neu dazugekommen sind in diesem Moment. Und meine Top 3 Videos der letzten 48 Stunden werden mir hier dann aufgezeigt. Das ist eigentlich schon, seitdem ich dieses Video hier hochgeladen habe, dieses Video. YouTube-Kanal erstellen in 2021. Also das wird laufend weiter am meisten angeklickt von allen meinen Videos, die ich so hochgeladen habe und das 15 YouTube-Kanal Ideen ohne Gesicht. Schreib mal an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare, ob du deinen YouTube-Kanal betreibst, in dem du dein Gesicht zeigst oder ob du dein Gesicht nicht zeigst. Das würde mich sehr interessieren. Dann habe ich hier ein Feld mit den Neuigkeiten von der YouTube Creator Academy. Die haben auch immer irgendwelche Neuigkeiten für mich. Da kann ich dann draufklicken und mir das neueste Video von denen ansehen. Das ist auch mal ganz spannend, dass man so up-to-date bleibt, was das angeht. Ja, hier so ein paar Ideen, so ein paar Sachen über YouTube. Aber da gucke ich meistens gar nicht so drauf. Hier seitlich gucke ich eigentlich eher nur hier auf diese zwei großen Kästen. Aber hier sehe ich zum Beispiel auch die neuesten Kommentare. Wenn ich da jetzt mal auf mehr Anzeigen draufklicke, dann kann ich hier filtern unbeantwortete Kommentare oder Überprüfung ausstehend. Auch sehr wichtig, Überprüfung ausstehend. Das habe ich neulich erst herausgefunden. Deswegen habe ich manchen von euch auch erst vier Wochen später geantwortet, weil ich nicht wusste, dass ich da mal draufklicken sollte vielleicht. Und zu gucken, ob ich nicht ein Kommentar bestätigen muss. Weil manchmal werden die ja nicht gesperrt, aber die werden dann eben zur Überprüfung weitergeleitet. Aus welchem Grund auch immer. Also mir ist das auch schon mal passiert, obwohl ich nie Kommentare spamme oder so. Und ich kommentiere auch ehrlich gesagt gar nicht so oft unter Videos. Deswegen weiß ich nicht, warum mein Kommentar dann überprüft werden muss. Aber das ist vielleicht dann auch ganz wichtig, dass man da ab und zu mal reingeht. Mindestens alle 60 Tage, weil danach werden die dann entfernt. Dass man eben noch die Chance hat, dieses Kommentar zu beantworten und halt auch dann freizugeben. Wenn es jetzt nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstößt. Ich kann hier aber auch noch auf veröffentlicht gucken. Oh, und dann sehe ich hier auch, ich habe noch gar nicht geantwortet. Huh, shame on me. Das muss ich dann gleich im Anschluss noch machen, dass ich hier auf die Kommentare dann noch antworte und die lese. So, ich gehe jetzt aber nochmal wieder zurück. Und wenn wir uns jetzt nochmal hier dieses Video anschauen, dann können wir auch Videoanalysen aufrufen. Und das ist auch immer sehr, sehr spannend, was man daraus so erkennen kann. Also das Erste, was ich hier ändern kann, ist entweder seit Veröffentlichung kann ich mir das angucken. Die ersten 24 Stunden, die letzten 7 Tage, die letzten 28 Tage, seit Upload insgesamt. Also da kann ich mir den Zeitraum auswählen, für den ich die Analytics für dieses Video sehen möchte. Weil dieses Video jetzt noch nicht so lange online ist, macht es natürlich Sinn, mir das seit Veröffentlichung anzugucken. Und dann sehe ich hier bei den Aufrufen, das sind 102 mehr als gewöhnlich. Ist natürlich eigentlich ein ganz guter Wert. Dann habe ich hier so einen schönen blauen Graph, der mir anzeigt, wie mein Video aufrufe technisch so performt. Und dieser graue Bereich, das ist dann mein typischer Bereich. Dann kann ich dann gucken, liegt der da drin, liegt der da drunter oder liegt der da drüber. Und dann kann ich so ganz leicht schauen, wie das Video denn performt in Vergleich zu meiner sonstigen Videoleistung sozusagen. Dann habe ich die Videogabezeit in Stunden und die Abonnenten, also wie viele Abonnenten ich durch dieses Video schon erlangt habe. Und da ist das ganz spannend. Ich kann jetzt hier, ich kann hier oben immer eingeben, auf meinem Kanal suchen. Und dann kann ich zum Beispiel was eingeben, Kanal erstellen. Und wenn ich mir jetzt hier die Analytics aufrufe für dieses Video, da habe ich 102 Abonnenten nur durch dieses eine Video erlangt. Das finde ich richtig krass zu sehen, dass fast ein Drittel meiner Abonnenten, sogar mehr als ein Drittel meiner Abonnenten, durch ein Video kommen. Deswegen macht es auch Sinn, Videos zu drehen, die Potenzial haben, in der Suche gelistet zu werden. Näher darauf bin ich in meinem Video TubeBuddy eingegangen. Deswegen benutze ich auch eben dieses Tool, dass ich halt herausfinden kann, welches Video hat Potenzial, in der Suche gefunden zu werden. Ich verlinke dir das Video zu TubeBuddy gerne mal hier oben. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da noch näher drauf eingehen würde. Aber nur, dass du weißt, worauf ich da so achte. Ja, das ist jetzt hier meine Übersicht. Das Witzige ist hier, dass man auch Echtzeitaufrufe sieht. Also jetzt zum Beispiel guckt sich gerade keiner das Video an, aber heute zwischen 8 und 9 Uhr hat sich einer dieses Video angeguckt. Das ist immer ganz witzig, dass man das hier so sehen kann. Und man kann auch die häufigste Zugriffsquelle sehen. Also es wird am häufigsten über die YouTube-Suche tatsächlich aufgerufen. Das ist zum Beispiel bei diesem Video hier ganz anders, denn da sind die Video-Vorschläge an erster Stelle. Also dieses Video wird am häufigsten aufgerufen, dadurch, dass YouTube dieses Video anderen Leuten vorschlägt. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, was für Unterschiede es da manchmal gibt. Wenn ich jetzt hier oben mal auf Reichweite gehe, dann kann ich tatsächlich auch sehen, wie viele Impressionen insgesamt dieses Video hat. Also wie oft es irgendwo angezeigt wurde und dann nochmal die Klickrate der Impression. Sind halt auch so Prozentgrafen, die man sich anschauen kann, die jetzt aber nicht sonderlich viel Aussagekraft haben. Meiner Meinung nach ist einfach nur manchmal interessant zu wissen. Wenn ich jetzt hier immer mal ein bisschen runterscrolle, dann sehe ich nochmal die Arten der Zugriffsquellen in so einem Graphen angezeigt. Und wenn ich noch etwas weiter runterscrolle, dann sehe ich hier die Zugriffsquelle extern. Also wenn Leute außer über YouTube auf meine Videos stoßen, woher kommen die denn? Zum Beispiel hier über Instagram, weil ich auch immer den Link zu meinem neuen Video in meiner Biografie verlinke. Oder hier kommen Samsung Android Bix Agent, was auch immer das ist. Vielleicht hat da einer das Video über sein Samsung Handy weitergeleitet oder sowas. Manchmal steht da eben auch WhatsApp oder wo auch immer die Leute die Videos so weiterleiten. Wenn jemand das schickt, dann sehe ich hier die Zugriffsquelle YouTube Suche. Das ist sehr spannend, vor allem auch zum Video Ideen finden, mit welchem Suchbegriff die Leute auf mein Video gestoßen sind, die das in der YouTube Suche gefunden haben. Also die haben dann zum Beispiel YouTube Musik in die Suchleiste eingegeben und sind dann dadurch, durch diesen Suchbegriff, auf mein Video gestoßen, also das Video mit dem Video Editor. Oder die haben Shorts Beta oder wie kann man YouTuber werden eingegeben oder YouTube Video selber machen oder YouTuber werden eingegeben und sind dann so auf mein Video gestoßen. Dann kann ich mir halt überlegen, aha, die Leute interessieren sich für YouTube Musik. Vielleicht sollte ich dazu auch nochmal ein Video hochladen, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr schön, wenn man mal keine Idee hat für ein YouTube Video oder wenn man generell gerade mal plant, welche Videos man sonst noch so hochladen möchte oder könnte, dann kann man darauf auf jeden Fall immer sehr schön zugreifen, weil man so eben auch genau sieht, was die Leute in der YouTube Suche eingeben. Interaktion kann ich hier auch noch sehen. Da sehe ich hier die durchschnittliche Wiedergabedauer, auch wieder mit dem grauen Graphen und diesmal einen roten Graphen. Und ich kann die Mag-Ich-Bewertung sehen. Also mein Kanal hat eine Durchschnittsbewertung von 97,6% und dieses Video hat eine positive Bewertung von 100%. Hey, vielen Dank für alle die Leute, die Like gedrückt haben. Das könnt ihr mit diesem Video auch sehr gerne tun, falls ihr jetzt schon einen Mehrwert aus diesem Video ziehen könnt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und was ich noch sehr, sehr spannend finde an dieser Seite Interaktion, wie die Zuschauerbindung so ist. Also ich habe hier einen Graphen, der mir zeigt, wie viele Leute bis zu welchem Teil des Videos schauen. Also viele Leute klicken hier auf mein Video und etwas weniger als die Hälfte guckt nur 8 Sekunden vor meinem Video. Die klicken dann da drauf und denken sich, oh nee, ich wollte das gar nicht anklicken und klickt dann ganz schnell wieder weg. Oder das ist in so einer Dauerschleife, dass manchmal, wenn man ein Video zu Ende geguckt hat, dann wird ja direkt das nächste abgespielt. Vielleicht ist das dadurch begründet, dass die Leute dann schnell wegklicken, weil die sich überhaupt gar nicht für mein Video interessieren oder sowas. Aber das ist eigentlich bei den meisten Videos von mir so, dass hier der erste Bereich erstmal sehr rapide bergab geht. Und dann sieht man so einen Zickzack-Graf, der mir dann anzeigt, dass nur 15% aller meiner Zuschauer bis zur letzten Minute das Video schauen. Da kann man sogar auch draufklicken, wo Ausschläge waren, also wo die Leute dann auf ein neues Kapitel zum Beispiel geklickt haben oder wo Einbrüche waren. Das zeigte mir dann direkt ein, wo besonders viele Leute an einer Stelle weggeklickt haben. Da kann man dann gucken, war das besonders uninteressant oder habe ich mich da verhaspelt oder was war an dieser Stelle, dass so viele Leute weggeklickt haben, dass man sich das rauspickt, anschaut und dann wirklich guckt, dass man das nochmal verbessert. Dass man das für das nächste Video oder für die nächsten Videos vermeidet, dass so viele Leute an einer bestimmten Stelle wegklicken. Oh, und wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann habe ich einen Abonnenten mehr. Ja, also jetzt gerade in diesem Moment, wo ich dieses Video gefilmt habe, hat sich nur einer dazu entschieden, meinen Kanal zu abonnieren. Ist ja sehr witzig. Ja, jetzt habe ich gerade auf Videoanalysen geklickt. Jetzt kann ich hier noch auf Kommentare anzeigen gehen für dieses Video, ohne dass ich das Video aufrufen muss. Dann kann ich dann direkt hier checken, welche neuen Kommentare gibt es. Ich kann das auch sortieren nach neueste Kommentare oder Top-Kommentare zuerst. Wenn ich jetzt hier nach neueste Kommentare filter, dann sehe ich direkt, ich habe auf einen Kommentar noch nicht geantwortet. Das mache ich dann im Anschluss an dieses Video. Dann gehe ich nochmal zurück und jetzt war ich ja hier gerade auf dem Punkt Videoanalysen. Jetzt gehen wir mal auf Kanalanalysen. Was können wir denn da so heraus sehen? Da sehe ich dann hier oben rechts in der Ecke kann ich wieder auswählen, möchte das die letzten 28 Tage angezeigt bekommen, die letzten 90 Tage, letzte ein Jahr oder unbegrenzt. Ich gehe jetzt einfach mal auf unbegrenzt oder auf das Jahr 2021, weil viel eher habe ich meinen Kanal ja auch noch nicht eröffnet. Und das ist immer sehr schön gestaltet hier, dass ich dann direkt sehe, wie hat sich mein Kanal in diesem Jahr entwickelt. Und man sieht hier tatsächlich eine seichte Steigerung meiner Aufrufezahl, seitdem ich diesen Kanal eröffnet habe. Also hier hatte ich die ersten Aufrufezahlen waren bei 13, 3, 2, 5, 0, 7, 16, 15, 28, 35 und es steigert sich langsam bis zum Teil auf 266 oder 330 oder 357 an einem Tag. Und was ich noch ganz spannend finde, dass man hier sehen kann, immer wenn ich ein Video hochlade oder eine Premiere gestartet habe, dann habe ich Puff immer so eine Spitze in diesen Analytics. Das liegt natürlich einmal daran, dass meine Abonnenten dann vermerkt dieses Video gucken. Das reicht auch, wenn die das einmal geguckt haben. Ich glaube nicht, dass sonderlich viele Leute sich jeden Tag dann mal neues Video anschauen. Aber es liegt auch daran, dass dann YouTube neue Grundlage hat, um die Videos zu verbreiten. Denn selbst wenn ich jetzt ein neues Video hochlade, wird trotzdem dieses Video hier zum Beispiel YouTube-Kanal erstellen viel öfter von YouTube verbreitet. Also auch dann sehe ich immer mal so eine Spitze. Oder dann merke ich halt eben, dass dieses Video plötzlich mehr Kommentare bekommt oder plötzlich mehr Aufrufe bekommt. Das sieht man ja dann hier auch immer nochmal, die Top-Videos der letzten 48 Stunden. Jetzt aktuell steht da 68 und oft am Dienstag oder am Montag steht dann da 100 oder 120. Weil wenn ich ein neues Video hochlade, merkt YouTube, oh die ist aktiv und dann schlägt er dieses Video vor und YouTube sieht, meine Videos werden angeschaut. Vor allem eben von meinen Abonnenten und dann verbreitet er auch manchmal meine anderen Videos. Das ist sehr spannend. Also es lohnt sich doch regelmäßig aktiv auf YouTube zu sein. Ja und mal sehen, wie das in Zukunft aussieht. Ich finde auf jeden Fall den Verlauf jetzt schon mal sehr spannend. Jetzt Mitte, Ende Mai. Man kann auf jeden Fall so eine kleine Tendenz schon nach oben sehen, dass meine Videos doch deutlich mehr angeklickt werden als jetzt hier zum Beispiel am Anfang. Das dauert halt immer eine Weile. Ja, zum Teil manchmal auch hier vier Monate. Also die erste große Spitze meiner ersten vielen Aufrufe an einem Tag waren am Montag, den 5. April mit 182. Und das war genau vier Monate, nachdem ich mein allererstes Video hochgeladen habe. Also das beweist ja schon mal, dass man ein bisschen Geduld mitbringen muss, wenn es um das YouTube-Kanal-Wachstum geht. Bewahrt euch am besten einfach den Spaß daran und macht das, weil ihr das aus Leidenschaft macht und nicht, weil ihr möglichst schnell das schnelle Geld machen wollt. Weil, wie man sieht, ich bin jetzt fast sechs Monate dabei. Ich habe 281 Abonnenten und damit verdient man noch kein Geld. Also es gibt so viele Leute, die das nur machen, weil die denken, die können damit die schnelle Kohle machen. Aber das ist aktuell von mir nur ganz viel Zeit, die ich da reinstecke. Und was ich dafür bekomme, sind halt eben super liebe Kommentare und die Community, die ich damit aufbaue. Also ich freue mich immer riesig über jeden einzelnen Kommentar von euch und dass man sich austauscht und dass man neue Leute kennenlernt. Weil ich bin auch dadurch, dass ihr mir kommentiert, auf so viele neue Kanäle gestoßen, wie zum Beispiel ein Töpferkanal oder ein Kanal übers Glücklichsein oder ein Kanal über Videoausstattung, über Drohnen etc. Das macht dann eben einfach super viel Spaß und das ist halt eben gerade so das, wie ich dafür belohnt werde oder bereichert werde, dass ich das mache. Natürlich macht mir das Tun super viel Spaß und man stößt auf so viele neue Sachen, die man sonst nicht entdecken würde. Und das ist eben so der Reward dafür, dass ich das gerade tue. Ja, das Fazit, was ich jetzt damit einfach sagen möchte, ist, dass man am Anfang damit noch kein Geld verdient oder auf jeden Fall noch nicht viel Möglichkeiten hat, Geld damit zu verdienen. Deswegen schaltet am besten so dieses Mindset ab, dass man YouTube ja nur macht, weil man damit so viel Kohle verdienen kann. Zumindest am Anfang ist das nicht so. Da muss man sich echt schon ein bisschen durchboxen manchmal. Und jede Woche ein Video hochladen zum Beispiel. Neulich habe ich auch ein Video am Sonntag gedreht und dann abends noch geschnitten und morgens noch finalisiert und dann so viel Zeit da rein investiert in dieser kurzen Zeitspanne. Also abends und morgens dann noch richtig lange daran gesessen, dass es auch pünktlich hochgehen kann, weil ich mir das vorgenommen habe, dass jeden Montag um 10 Uhr ein neues Video online kommt und daran möchte ich mich auch halten. Deswegen gebe ich auch alles daran, dass ich das auch schaffe und das ist halt einfach auch viel Arbeit und viel Aufwand. Aber mir macht das persönlich viel Spaß und das ist eigentlich auch alles, was zählt. Und ich hoffe, dass du deinen YouTube-Kanal betreibst oder dass du das in Zukunft auch machen möchtest, weil es dir in erster Linie Spaß macht. Ja, genau. So, und das ist jetzt zum Thema hier Übersicht. Ich kann dann auch meine Abonnentenzahl sehen. Da sehe ich dann auch, wann ich mal einen Abonnenten verloren habe oder wie viele Abonnenten ich an einem Tag so durchschnittlich bekomme. Ich glaube, das meiste, was ich an einem Tag an neuen Leuten hinzugewinnen konnte, waren 15 Abonnenten am 27. April an einem Tag. Ja, die Wiedergabezeit sieht hier eigentlich ähnlich aus wie die Aufrufe. Und dann kann ich hier nochmal auf den Reiter Reichweite klicken. Da sehe ich dann alle Impressionen, die ich mit meinen YouTube-Videos jemals erzielt habe. Die Klickrate der Impressionen, also der Durchschnitt meiner Klickrate ist ungefähr bei 5,6. Das klingt natürlich erstmal wenig, wenn man sich immer 100 Leute vorstellt und nur 5 Leute klicken auf das Video. Aber es gibt so viele Videos, die im Netz vorgeschlagen werden, da denke ich, ist das gar kein so schlechter Wert. Dann scrolle ich mal so ein bisschen weiter runter. Das sieht halt ähnlich aus wie vorhin bei den Video-Analytics, aber das ist jetzt für den ganzen Kanal. Also die meisten Aufrufe, die ich mit meinen Videos, mit allen Videos, die ich auf meinem Kanal hochgeladen habe, ist tatsächlich durch Video-Vorschläge. Wahrscheinlich auch, weil mein eines Video mit, ich glaube, fast über 3000 Aufrufen mittlerweile sehr dominant ist im Vergleich zu meinen anderen Videos. Weil manche Videos, die haben auch nur 50 Aufrufe, also da gleicht sich das dann doch wieder aus. Und dann an zweiter Stelle durch die YouTube-Suche. Und das möchte ich ja auch erreichen. Deswegen feiere ich dieses Tool TubeBuddy so sehr, weil ich dadurch besondere Titel herausfinde und Videothemen herausfinde, die Chancen haben, in der YouTube-Suche auch gelistet zu werden. Und dass ich meine Videos so optimiere, Suchmaschinenoptimierungstechnisch, dass die auch in der Suche gelistet werden, wenn Leute verschiedene Begriffe eingeben, wie zum Beispiel YouTube-Kanal erstellen 2021. Ich habe nicht nur YouTube-Kanal erstellen, sondern YouTube-Kanal erstellen 2021. Und das ist mein Suchbegriff. Und wenn Leute das eingeben, dann wird mein Video auch relativ weit oben in der Suche gelistet. Das sind eben so kleine Kniffe, auf die ich dann achte. Und wenn ich jetzt hier mal auf Interaktion gehe, dann sehe ich da auch wieder meine durchschnittliche Wiedergabedauer von allen meinen Videos zusammengezählt. Und hier, wenn ich jetzt noch etwas weiter runter scrolle, dann kann ich mir das für jedes einzelne Video anschauen. Und es sieht eigentlich immer ähnlich aus. Also manche Videos werden von etwas mehr Leuten durchgeguckt, manche dann von etwas weniger. Wenn Videos zu lang sind, dann kann ich natürlich auch verstehen, dass manche Leute das nicht bis zum Ende durchgucken. Deswegen höre ich eigentlich auch oft YouTube-Videos. Also ich schaue mir die Videos nicht an. Ich höre mir die dann an, wenn ich zum Beispiel draußen unterwegs bin und spazieren gehe oder sowas und die vorher runtergeladen habe. Dann höre ich das quasi immer so als Podcast oder so. Deswegen höre ich eigentlich Videos immer durch. Aber wenn man jetzt nur vor dem PC sitzt und sich das wirklich anguckt, dann kann ich auch verstehen, warum manche Leute manchmal dann etwas früher wegklicken. Weil man vielleicht dann nicht so die Geduld hat oder sowas, sich das bis zum Ende durchzugucken. Oder man eben so schnell durchklickt von Punkt zu Punkt, der einen gerade interessiert. Deswegen füge ich ja hier auch diese Videokapitel ein, dass du als mein Zuschauer nicht mein ganzes Gelaber angucken musst, sondern nur die Stellen, die dich spezifisch interessieren. Dann kann ich hier noch auf den Reiter Zielgruppe gehen. Da sehe ich dann, wie viele wiederkehrende Abonnenten ich habe und wie viele neue Zuschauer dazu gekommen sind, wie viele einzelne Zuschauer dazu gekommen sind. Also 2226 einzelne Zuschauer gibt es, die meine Videos jemals angeschaut haben. Und aktuell sind es 281 davon haben mich auch abonniert. Also ungefähr 1%. 1%! Das passt ja sogar zu der 1%-Regel. Man sagt nämlich ungefähr 1% der Leute, die deine Videos schauen, also von 100, abonniert dich einer. Das ist vielleicht erstmal erschreckend zu hören, aber wenn man das jetzt mal so sieht, dann passt das ja auch ungefähr. Und hier kann man sogar auch sehen, wann deine Zuschauer auf YouTube aktiv sind. Also um welche Uhrzeit. Das ist natürlich sehr spannend zu wissen. Man kann ja nämlich zum Beispiel sehen, donnerstags um 14 Uhr. Komischerweise sind dann sehr viele Zuschauer aktiv und das wäre vielleicht eine ideale Zeit, um ein Video hochzuladen. Ich lade ein Video immer am Montag um 10 Uhr hoch. Ja, da sind nur einige meiner Zuschauer auf YouTube aktiv. Vielleicht wäre es sinnvoller, mein Video am Montag um 18 Uhr hochzuladen, weil dann sehr viele wieder aktiv sind. Vielleicht kann ich das in Zukunft mal probieren oder so, das mal um 18 Uhr hochzuladen, ob das einen Unterschied macht. Aber das ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, weil es würde jetzt nicht so viel Sinn machen, am Montag um 2 Uhr nachts ein Video hochzuladen. Oder ja, um 6 Uhr vielleicht auch noch nicht, weil nur sehr wenige Zuschauer dann um diese Zeit aktiv sind. Kann ich auch verstehen. Ich liege dann auch noch im Bett und habe Besseres zu tun, als mir irgendwelche YouTube-Videos anzugucken. Ja, die meisten Leute, die meine Videos schauen, sind weiblich mit 60% und männlich 39,8%. Das hat sich tatsächlich geschifftet. Das war bis vor ein paar Wochen nach andersrum. Und die meisten sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. Also hieraus kann man sehr gut sehen, welche Zielgruppe man anspricht und dann natürlich herausfiltern und sich überlegen, was könnte diese Zielgruppe spezifisch denn interessieren. Weil ich glaube, die Interessen von 17-Jährigen und 65-Jährigen gehen doch deutlich auseinander. Das ist natürlich dann immer sehr hilfreich, wenn man da mal reinschaut. So, jetzt gehe ich nochmal hier zurück zu der Übersicht. Ich will nämlich noch eine Sache zeigen. Man kann nämlich sehen, wie viele Aufrufe man auf seinem Kanal insgesamt schon hat. Da habe ich neulich eine Frage zu bekommen. Da wusste jemand nicht, wie das geht. Wenn ich jetzt hier oben, also einmal gehe ich hier auf Übersicht, dann gehe ich hier oben auf diesen Zeitraum-Auswähl-Bereich und wähle einfach mal unbegrenzt aus, dann kann ich sehen, mein Kanal hat insgesamt schon 9.463 Aufrufe erzielt und insgesamt 281 Abonnenten. Und was hier auch noch eine Funktion ist, was ganz spannend ist, wenn man einen Countdown errichten möchte, wenn man eine bestimmte Abonnentenanzahl erreichen will oder sowas ähnliches, dann kann ich hier auf dieses Feld aktuelle Abonnenten anzeigen und da sehe ich dann, wie sich das ändert. Also wenn mich jetzt in diesem Moment jemand abonnieren würde, dann würde die Zahl dann zeitgenau auch umspringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei 999 Abonnenten ist, dann kann man da draufklicken und dann diesen Moment feiern, wenn die Zahl auf 1000 umspringt sozusagen. Und das ist eigentlich auch alles, worauf ich hier so achte. Ich gehe halt ganz gerne auf diese Video-Analysen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, dass ich dann mal draufklicke und mal gucke, wie das so performt. Hiermit habe ich auch schon einen Abonnenten erzielt. Das ist ja schön, dass jemand aus dieses Video gestoßen ist und sich dann gedacht hat, hey, das ist hilfreich, die abonniere ich doch mal. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video auch genauso hilfreich für dich und für euch ist. Und ich glaube, das war es dann jetzt auch mit der kurzen und knappen, ich hoffe, dass es kurz und knapp war, ich habe schon wieder viel zu lange geredet eigentlich, Übersicht über das YouTube-Studio und die Video-Analysen und was man denn daraus so ziehen kann. Also dass man gucken kann, welche Zielgruppe man erreicht und welche Thumbnails und welche Videotitel eventuell spannend sind für die Zuschauer, dass die Leute da auch draufklicken oder halt eben nicht. Und ich finde es auch sehr spannend zu sehen, dass wenn ich immer, wenn ich ein Video hochlade, dass dann meine allgemeine Aufrufzahl hochgeht. Natürlich, weil meine Abonnenten dann mein neues Video sehen, aber auch, weil YouTube meine anderen Videos nochmal etwas weiter pusht und anderen Leuten vorschlägt, um wirklich nochmal zu testen, die scheint aktiv zu sein, ist die denn auch interessant und gucken sich die Leute das an. Und wenn das der Fall ist, dann werden die auch immer und immer weiter vorgeschlagen. Wie zum Beispiel mein Video zum Thema YouTube-Kanal erstellen. Denn da ist das der Fall und das ist auch echt interessant zu sehen, dass das immer und immer mehr vorgeschlagen wird. Auch wenn das jetzt schon... Oh, das habe ich am 25. Januar hochgeladen. Da hat sich das noch keiner angeguckt. Und man sieht hier erst, hat sich das echt kaum einer angeguckt. Also ich würde mal sagen, hier bis zu 40, bis zum 6. März. Das ist ja mehr als ein Monat dazwischen. Da ging das dann tatsächlich richtig los, dass es irgendwie Aufrufe bekommen hat. Also es dauert auch manchmal eine Weile. Wenn dein Video jetzt in der ersten Woche noch nicht so viele Klicks hat, dann lösche es nicht direkt, weil du denkst, ah, das interessiert keinen. Manchmal dauert das wirklich mehr als ein Monat, manchmal auch ein halbes Jahr oder sowas, bis so ein Video wirklich Aufrufe erzielt. An dieser Stelle finde ich es nochmal ganz wichtig hervorzuheben und zu sagen, dass Zahlen nicht alles sind. Also lass dich bitte nicht zu sehr von den Zahlen beirren und schau am besten auch nicht jeden Tag da rein, in der Hoffnung, dass du jetzt 10 neue Abonnenten hast oder sowas. Lass dich davon nicht zu sehr blenden. In erster Linie geht es ja darum, dass du diese Informationen nutzt, um deine Videos und deinen Kanal zu optimieren und so auszurichten, dass es der Zielgruppe gerecht wird, die du ansprechen möchtest. Und es geht nicht in erster Linie darum, möglichst viele Aufrufe zu erzählen oder möglichst viele Abonnenten zu haben oder eine große Abonnentenzahl da stehen zu haben, nur damit es da steht, sondern es geht ja eigentlich darum, eine Community aufzubauen, mit den Leuten zu interagieren, neue Leute kennenzulernen, neue Themenbereiche kennenzulernen. Natürlich ist das wichtig zu wissen, dass es diese Informationen gibt und was man da so einsehen kann. Aber man sollte sich jetzt nicht zu sehr auf irgendwelche Zahlen fixieren. Das finde ich hier nochmal ganz wichtig zu sagen. Ansonsten hoffe ich, du bist beim nächsten Video auch mit dabei. Schau jetzt gerne noch bei meinem letzten Video vorbei, falls du das noch nicht gesehen hast. Oder freue dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Deswegen macht es schon Sinn, Videos zu drehen, die Potenzial haben, auch in der Suche zu leisten. Deswegen macht es auch Sinn, Videos zu drehen, die auch Potenzial haben. Deswegen macht es auch Sinn, Videos zu listen. Oh, jetzt ist meine Kamera schon wieder ausgegangen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich aufgehört habe zu reden. Und jetzt machen wir die Potenzial haben.